Mama, du bist ja noch wach. Sag mal, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Zwölf Uhr. Und wann solltest du zu Hause sein? Ja, um zwölf, wie du gesagt hast. Puh, Sebastian, echt, du bist so ein Trottel. Wenn man dir sagt, sei um zwölf Uhr zu Hause, dann stehst du hier um Punkt zwölf auf der Matte? Tut mir leid. Ja, mir tut's auch leid. Komm, schieb ab, geh ins Bett. Komm mal noch mal her. Hauch mich mal an. Hauch mich an, habe ich gesagt. Nochmal. Rieche ich da etwa Fanta? Fanta? Sebastian, ich bin sowas von enttäuscht von dir. Geh. Ich will gar nichts mehr hören, geh. Mein Sohn ist ein Schlappschwanz. Vielen Dank.